Hier ist irgendetwas. Damit kann man rein. Ah, hier geht es deutlich weiter. Ich bin noch zweidimensional gerade. Das ist der Ventilator. Verdammt! Oh, ich stehe noch. Ich lebe noch. Gut, dass ich ausgerechnet mit dir spiele. Wir müssen nie einen großen Vorsprung haben. Wir warten noch ab. Irgendwann sind ja solche Team-Aktionen. Da müssen wir sowieso wieder zueinander kommen. Ist ja leider zwangsläufig. Okay, du musst da mal aufspringen irgendwo. Okay, gib mir einen Wurrl. Geht schon. So, Nu. Wie komme ich zu dir? Ich weiß nicht. Springen? Lass den Knopf rück mal. Ich habe keine Ahnung, wo soll da ein Knopf drin? Ich sehe da keinen Knopf. Tja, ich weiß auch nicht. Da vielleicht? Vielleicht kannst du über die Leitung hier rüber klettern. Versuch's mal. Oder über die Ventilatorblätter. Ups. Ah, okay. Doch über die Ventilatorblätter. War schon richtig. Hops. Nicht abrutschen. Oh Gott. Und hops. Ja. Wir haben es geschafft. Ja, wir gehen weiter. Ach du Scheiße. Ach so, hier ist die erste Trommel. Oha. Nein. Nein. Ach du Scheiße. Ja. Geht mir auch so. Oh Moment. Fast. Also ich spiele hier mit meinen Teilen rum. Ich bin glücklich. Das wollte ich nicht hören. Das will ich nicht hören. Das will ich nicht hören. Da bin ich doch hier die Frau. Spießt du mit deinen Teilen rum. Sehr schön. Ah, jetzt sind sie alle auf einer Seite. Du hast es erfolgreich geschafft alle auf eine Seite zu bringen. Juhu. Leicht auf mich rüber zu kommen. Nice. Gute Arbeit. Na sehr toll. Ups. Das war jetzt deine Schuld. Ich wollte es wirklich versuchen. Stunden später. Soll ich mal versuchen zu springen und du machst den Hebel? Können wir machen. Alles klar. Es fließt besser so. Schön. Alter, ist das schwer. Na komm. Komm schon. Und jetzt. Alter. Das ist super schwer. Das ist nicht verarschend. Na komm. Und jetzt. Und jetzt. Und rüber. Sehr schön. Haben wir geschafft. Hallo. Der Trick war nicht zu springen. Der Trick war nicht zu springen. Jetzt musst du dasselbe nochmal machen. Aha. Der Trick ist nicht zu springen, sondern mit Shift sich zu bewegen. Geht auch mit springen. Ja. Bei mir ging es nicht. Bei mir ging es nicht. Ich habe nicht gesprungen. Ich liebe die Geräusche, die die Dinger machen. Ich habe glaube ich die Geräusche ein bisschen zu leise eingestellt. Dann pausier doch mal eben und mach die Geräusche lauter. Also echt pausiert der einfach. Tja. Mach die Geräusche lauter. Ich kann er nur. Dialoglautstärke, Musiklautstärke, Hauptlautstärke, gibt es gar nicht. Hauptlautstärke ist auf 10, Dialoglautstärke auf 7, Musiklautstärke auf 7, Das ist ja eigentlich. Steuerung, Anzeige. Nö. Muss so gehen. Ich wollte es. Jetzt kannst du mich wieder in die... Das... Jetzt wirst du mich wieder in die falsche Richtung. Es geht gar nicht in die falsche Richtung. Ich könnte es nicht, was ich wollte. Okay, ich würde mal sagen, hier runter, oder? Den Knopf... Einfach den Knopf drücken. Ähm, geh durch den Ventilator durch, oder? Drück den verdammten Knopf. Okay. Na, jetzt können wir durch den Ventilator. Ich habe eine Taschenlampe. Ah, cool. Ganz da. Du machst mit deinem Bauch. Ja. Das ist ja schön. Verdammt, ich dachte wir ziehen das jetzt für 10 Minuten durch. Hier geht es hoch, oder nicht? Oh. Was? Du wirst von der Box zerquetscht. Warum? Ey. Ist ja cool. Ach, wenn du... Wenn... Dafür, dass du die Box zerquetschen willst, zerquetscht die dich. Das ist ja sehr toll. Und du versuchst einen... Pimpfer drauf zu machen. Ist ja toll. Ey, die hast du es weiter erwischt. Die machten... Die machten... Ach, da ist jemand drin. Die machten Sprungattacke auf dich, wenn du versuchst auf die eine Sprungattacke zu machen. Gesundheit. Danke. Die Box ist nicht cool. Ja. Es ist auch so gut, dass wir beide das Spiel vor so langer Zeit gesehen haben, dass wir gar nichts mehr davon wissen. Die Sprungattacke und Vergeltung. Die Box ist einfach bester Charakter. Ähm. Ja, wir müssen nicht da hoch. Ja. 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 Finde Kodi. Okay, ich habe hier so einen Ventilator. Gute Arbeit. So. Und weiter. Und weiter. Wie? So, hops. Na komm. Verdammt. So eine Plattform. Ich kann mich jetzt nicht bewegen. Plattform. Hup, hops. Warte, du musst mich ducken, verdammt. Ach so. Ja, du musst mich wahrscheinlich mal ducken hier. Hops. Und. Sehr schön. Und runter hier. Sehr gut. Hab Kodi gefunden. Tun wir hier noch hoch? Wahrscheinlich irgendwie schon. Bist du uns da runterfahren? Nee, nee. Kann sich einer runterfahren lassen hier? Keine Ahnung. Spring mal drauf. Nein. Ich glaube, ich muss hier hochfahren. Ich muss hoch. Hüpf mal drauf. Und jetzt hier. Nein, nein. Verdammt. Ich muss da reinhüpfen. Mach du mal lieber. Ich steuere dich nicht in die falsche Richtung. ja ja durch den schiff sprung ich hin sagt er so jetzt hier also jetzt wird ich hier reingesaugt und kommt da drüben raus ich hab hier einen schaubsauger ich kann hier irgendwas ach so die äpfel wenn mir kommen die äpfel wieder raus füllst du vielleicht die äpfel in den staubsaugen schießen ich schieße sie wieder zurück ich glaube das war's oder er ist niedrig genug dass du jetzt kannst du überspringen ich bin zu fett dafür versuch's nochmal wie komme ich jetzt rüber so hier ist ein weg hier müssen diese dicke hantel zusammen schieben das war ich nicht postkampf und werden so verkacken kein reparieren ein engineer ein engineer wirklich ich würde nicht ich würde nicht nicht erinnere ihn wenn ich meine reale Körper zurück kann ich dich oh ist das so dann warum hast du den der kostenlosen turbo x 2000 hey Hey! Was? Du hast mich mit dem Turbo X2 verflogen. Ich bin so ein. Ein präsentiertes französer Mathew, der gar nicht so ausmacht kann. Ich versuche dir, wer der beste Sucker ist. Okay, ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Guten Glück! Das Burg verschwindet einfach. Na toll, lassen wir uns hier im Stich. Ja, natürlich. Was hast du von ihm erwartet? Scheißbuch ist das. Ich glaube, wir müssen die Boxen zurückschießen. Die Spraydosen. Oder nicht? Okay, ich schieße, du saugst. Autsch. Achso, ich muss die saugen. Äh, ja. Ich werde gesaugt. Was? Ja, du saugst die Digger ein. Und ich schieße. Ja. Schon dabei. Schieße. Und hopps. Au. Okay, ich bin bereit zum Schießen. Ich bin bereit zum Schießen. Nun zum saugen bereit. Ja, ja. Ja, ja. Ich sauge. Sehr schön. Oho. Oh Gott. Das ist nicht so gut. Dann müssen wir viel saugen. Ah ne, das ist nicht so. Oh scheiße. Ich weiß nicht, aber ich versuche auszuweichen. Ich bin ganz gut im Ausweichen. Ich nicht, aber bisher habe ich es geschafft. Okay, saugen. Ich schieße. Au. Wo ist der Sauger? Hier ist der Sauger. Schieße. Wir haben nur einmal getroffen. Hm. Das ist schlecht. Es wird nicht leichter von Runde zu Runde. Nein. Was ist das? Da. Wieder saugen. So, hier. Hier, hier. 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 Da. Und auf der anderen Seite. Wir haben ihn gleich zur Hälfte. Ich muss jetzt mal aufladen. So. Saugen. Schießt. sehr schön das war ein guter treffer oh nein ich bin getroffen oh nein ich bin wieder tot ich bin wieder da so saugen wer mitfasst kann ich mal schießen müssen jetzt mal versuchen so hier die frau saugt und der mann schießt wie amerika ja das will ich nicht gehört haben komm schon das spiel ist für solche für solche jokes ist das spiel doch gemacht so zack und die arme wir können die arme wir sollen ihn jetzt fertig machen oder was das spiel ist an manchen stellen hat wirklich ja ich erinnere nur war das der elefant wird ein kuscheltier was zum spiel der negativen stil bewertet ich wollte das nicht so ich wollte das dem empfanden nicht antun achtung spoiler achtung spoiler nicht mehr so und nicht noch mehr spielern ich finde wir sollten uns ja noch müssen umgucken ich gehe weiter gibt nicht viel zum umgucken ganz genau ich würde auch sagen viel weiter als bis das kapitel machen wir heute nicht oder mal schauen ich habe noch ein bisschen zeit ich habe noch es ist es ist sonntag und ich muss morgen früh raus also ich ja gut aber du scheißt auch auf schlaf komm ich jetzt hier hoch mit dem springst so ungefähr ähnlich du weißt schon das was du mit der leerfaste machst er ist noch ein vollgeist als nicht vollgeist sondern das war das humanvollflash das ist erst mal springen ja das spiel das so beliebt ist damit erst mal die die ersten paar minuten und gar nicht gewusst wie man springt muss das man ja dass man springen kann es war ja auch sein erstes video spiel abgesehen von das probieren war dass man das halt auch ohne springen schaffen konnte das war halt das ding das ist ja nochmal Oh! Ich habe einen Nagel. Wir haben einen fliegenden Nagel. Wir können uns helfen, deine Freunde zu retten. Nur wenn wir uns in der Runde bringen können. Okay, das ist ein Problem. Ich nehme mich an. Okay, jetzt geht's. Okay, hier geht's. Oh! Wo soll es gehen? Ich habe einen Nagel. Was? Ich habe einen Nagel. Wir haben einen fliegenden Nagel und einen sprengenden Nagel. Let's go. Ja. Hey, das ist alles gut. Oh! Das ist ein Magazin für die Nagel. Für die Nagel. Mal verwenden. Okay, aber nicht die Hämmer auf meine Kugel. Keine Worte. Ich weiß, wie man die Hämmer hat. Und ich auch. Das ist das letzte Mal, was du benutzt hast. Du musst deinen eigenen Kugel. Ja, gut. Aber ich bin in die Hämmer. Okay, okay. Autsch. Direkt ins Herz. Direkt ins Herz. Das Herz hast du mich getroffen. Hier. Mensch, Mensch. Ich glaube, du musst... Musst du an dem Nagel schwingen oder so? Keine Ahnung. Probier's mal. Ich glaube, da müsste irgendwas... Musst du irgendwo Nagel hinschieben. Vielleicht hier. Ja. Ah, okay. Zum Offensichtlichen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwann mal springen müssen. Wir müssen vielleicht auch einfach hier runter. Wir müssen vielleicht auch einfach hier runter. Mach kaputt. Mach kaputt was dich kaputt macht. Okay, hier musst du jetzt ran. Hier musst du nageln. Ich bin der Hammer. Ich bin der Hammer. Ich bin der Hammer. Hey. Vielleicht können wir uns... Oh. Hey. Man könnte auch sagen, du nagelst mich, wenn ich da mal bin oder was? Äh, was? Ja. Ich glaube, du musst doch schwingen. Ja. Ich glaube, du musst den Nagel reinmachen. Da hinten. Das war so klar. Ich wollte eine bessere Position, so. Das musstest du dir mal ausprobieren. Ja, das ist eine schlechte Position. Bitte möglichst mittig. Das war wohl nichts. Das hast du versaut. Komm schon. Na komm. Hold on tight. Und, hopps. Das war's. Fast. Und, hopps. Ich spring zu früher. Das Lustige ist, ich muss dich nicht mal träumen. Das machst du schon selbst. Ich krieg das auch irgendwann hin. Irgendwann. Ich schieße mal ein kleines Stückchen weiter vorne hin. So. Eventuell wird's jetzt was. Und, hopps. Nice. Und, hopps. Und, hopps. Nice. Das ist noch ein Surprisingly. Du musst dich hier auch noch hin hin. Du musst dich einfach mal den Notchalter her drücken. Du musst dann einfach nur den Notchalter her drücken. Und, hopps. Zweiter Nagel für dich. Spring doch. Ja schon klar, du musst es halt... Ach verdammt. Genau so. Jetzt muss ich hier hämmern. Und du musst da oben hin. Aha, ok. Mach Nagel rein. Sehr schön. Das wird nichts. Abspann. INLOS. In 좀지ätt. Untertitelung des ZDF, 2020